Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Morgens halb zehn in Deutschland. Schöne Bilder flackern durch die Werbung und am Ende essen einige Leute ein Knoppers. Davon ganz abgesehen, dass ich Knoppers auch ganz gerne mag, macht mir dieses Wort immer wieder Lust darauf, Pause mit Gott zu machen. Was war heute meine Stärkung zwischendurch? Was war heute der Moment, wo ich Gott in meinen Alltag reingeholt habe, wo ich mich von ihm habe neu justieren lassen, wo ich innegehalten habe, um ihm zu danken für das, was war und ihn zu bitten für das, was kommt? Gebetsleben heißt doch, dass der ganze Tag, dass der Alltag, das ganze Leben durchdrungen ist von dieser Liebe Gottes, die er uns zu jedem Zeitpunkt, nicht nur um halb zehn zur Pause schenken will. Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich, sagt der Herr zum Propheten Elia. Elia bekommt Nahrung für Geist und Leib, für Seele und Leben. Und das will Gott für uns alle sein. Pause zwischendurch bei Gott, ausruhen im Alltag bei ihm. Das ist die Stärkung, die wir wirklich brauchen, jeden Tag unseres Lebens. Es ist die Stärkung, die uns wieder auf die Spur bringt, auf die richtige Spur, auf die Spur Gottes. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, Leib und Seele brauchen gleichermaßen immer wieder Pausen, Ruhe und Momente der Stärkung. Du stärkst Leib und Seele, jeden Tag aufs Neue, jetzt in diesem Moment. Schenke uns die Kraft, dass wir in dieser Nacht ausruhen können, um uns mit neuer Kraft in den morgigen Tag zu begeben, in der Gewissheit, dass du ihn umfängst und dass wir uns jeden Moment des Tages an dich wenden können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Vertraue und Plus